Der haut ab, der haut ab, der haut ab und nein, er ist nicht tot. Doch, jetzt ist er tot. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tanki Online Gameplay, äh, Let's Play. Und das war gleich ein guter Start. Ich bin gerade erst rein in die Runde und alle spawnen an einem Punkt. Das ist nicht gerade perfekt. Ja, was gibt's Neues? Der Chat. Wenn man Tab drückt, geht jetzt sogar nicht. Wird er blau oder rot angezeigt. Je nachdem, wer es Team anders ist. Das ist denn der Team-Chat. Nur komm. Stand der Dinge. Ich hab mir das Schaffs-Set geholt, wegen den Farmen. Andere Dinge, die noch zu sprechen sind? Ne. Erstmal nicht. Und zwar war ja heute das Handy-Rabatt-Dingspunkt da und ich hatte noch ein bisschen Geld auf Handy. Und da nutzt man das doch. Oh, da treffen wir auch mal eine Option. Dort. Aua, wo kommst du denn her? Nein. Mischt. Mischt, mischt, mischt. Dass wir immer gleich beschnuddeln müssen. Zusammen in der Schlacht mit Mr. Alex1177. Der hat auch einen Haupt-Account, aber da geben wir nicht weiter drauf ein. Ohne Hilfe weiß ich, dass ich hier eine der niedrigsten Ränge bin. Ich bin sogar der niedrigste Rang. Oh, jetzt hau ab! Meine Güte, du nervst. Ja, ich bin der niedrigste Rang. Skype nervt. Takt der Schneeinheit ist vorbei. Doppelkill. Die Nitro-Box hat uns lieb, die blinkt sogar ganz oft. Verreck. Wow, der leckt. Meine Güte, der leckt, der. Langweilig ist diese Schlacht. Ja, ich habe mich jetzt entschlossen, immer mit Exilios zu machen. Mein Haupt-Account, der ist ja eh schon sehr bekannt. Darum mache ich jetzt immer einen Wechsel zwischen Haupt-Account und diesen Account-Videos. Das heißt, nach dieser Folge erscheint diesmal ein Let's Play mit dem Haupt-Account. Und so erfolgt das immer im Wechsel. Danach wie er low, den Haupt, den Noob, den Haupt, den Noob, den Haupt, den Noob, den Haupt, den Noob, den Haupt. Ich treffe nicht mal. Die Donner ist schon eine geniale Waffe. Nur, ich soll Hallo YouTube von Alex117 sagen. Ups, das war er. Ich soll mich verfolgen. Ich soll mich verfolgen. Der haut ab, der haut ab, der haut ab und... Nein, er ist nicht tot. Doch, jetzt ist er tot. Tot. Ups. Ups, das war der Alex. Ups, das war der Alex. Sieht toll aus. Dieser Panzer erinnert mich an damals. Gut, deutete Zeit. Donner M3. Hornet M3. Elektra. Aber das waren Zeiten. Kann man ja auch noch auf meinem alten Kanal sehen. Fromi XD. Let's Play 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. Boah, Gott. Hör auf zu lecken. Das war der Display 1, 2, 3, 4 und 5, glaube ich sogar. Ne, 5 war mit Weaking damals. Weaking. Und ich war hier in Volldruck lang und hab ne schöne stylische Farbe. Hau ab, ist hässlich. Und, ja. Voll ernehm. Kill. Also an sich ist Donner ja ne geile Waffe. Aber halt in diesem Level viel zu stark, wenn man jetzt sich das Set kauft. Das muss selbst eh sagen, als Donnerbesitzer. Jetzt macht zwar Spaß, aber es ist einfach schlicht und weg und fair. Wobei es auch wiederum gut ist in High-Level-Schlachten. Also da, wo die Gro... High. Ja. Wo die Großen... Dingsdransten hier läuten an wie Alex jetzt. Mit Karl. Da ist es wiederum gut balanciert, aber... Ist nicht so wunderbar. Autsch. Autsch. Ähm, wie lange haben wir schon aufgenommen? Sechs Minuten. Ich geh mal ne anderen Schlacht rein. Das ist zu eintölich da. So, wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Siproho... Nee. Sendkästen... War ich grad. Fort Knox. Ja, Fort Knox ist mal wieder was. Mal wieder Abwechslung. So, ich hab Skype gelesen wieder. Langweilig, langweilig. Ich hasse diesen Ladeball. Äh, mach mal hin. Äh, mach mal hin. Äh, mach mal hin. Äh, mach ich doch. Ey, wo sind die Gegner hin? Ich geh mal als Gegner-Team. Hop, hopp. So. Mal ein bisschen aufräumen hier jetzt. Die Map kommt zu Grau über die zu... in der Fall, finde ich. Fall um. So, hier ist ein bisschen mehr Action, obwohl in diesem Level ist immer kaum Action. Ich bretter einfach mal durch. Oh, hau ab. Du nervst. Du nervig bist ... Dont ... ... Skypern. Guck. CONNOR Nein, nicht ober. Da inspelte das ist die rebirthende Bildsch construir. Schwester für die Frage. Gut, das ist gut. Na, Leute. Ne, man muss seine Zeit. Handhaltung langweilig. er ist umgefallen Idiot da fällt er schon um und und naja wir waren damals nicht anders und haben auch alles gekillt was umgefallen ist um wenigstens ein paar Punkte zu kriegen ein paar so ich fahr mal hier durch der steht hier immer noch fahrt wie langsam fährst du denn dort wo ist er wo ist er wo ist er da oben legt eine Mine macht das finde ich zwar nicht so genial ich gehe mal unsere Flagge zurückholen muss ja auch einer tun so und der beste Spieler ist Alex hier im Team tot 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 nein aber fast tot tot dann lecklauer nicht tot ein 100 Punkte die ich brauche was machst du da du hörst aufs Wort da hat er mir einfach so drüber geschnappt er ist ein Foto also kleiner Account ist viel zu einfach die meisten haben anscheinend keine Ahnung und dabei dachte ich viele machen sich einen neuen Account aber da dachte ich wohl falsch aber hier kann ich das jetzt mit dem Chat Chat, 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 nicht Chat Chat, Chat, okay hier kann ich euch das mit dem Chat zeigen hier ist zum Beispiel der Chat jetzt rot, schreibe ich was so ist die Nachricht rot schreibe ich an alle so ist sie weiß also man muss Tablet oder Taste drücken das ist die mit den zwei Pfeilen neben der Q-Taste so kann man an alle schreiben oder zurück an Team Chat dann lass doch die scheiß Klage fallen voll Idiot das war perfekte Double Kill, den kann nur ich also mit selbst Kill, das ist extrem gut, der ist gelehrt, Double Kill das ist kalt das ist kalt im Nacken dass du ihn gekillt hast oh ich habe mich wieder selbst gekillt darum bin ich anscheinend Profi Schau, dass es keine Punkte gibt ich glaube ich werde Führung der Spieler selbst killen soo, da oben ist einer Aua, der tut weh was schreibt der da, GoGo, ähm, nul, 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 nul russisch 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 ich probiere es mal mit Schutzt ich brauche zu einem Entschluss mehr von Gegner, aber bin auch selbst nicht gleich tot obwohl der lag gerade Doppelangriff ok, gehört hm, gib Gummi ok Ui, da lag eine Miene, die fliegen wir so schon in diesem Level noch mit M0 einfach mal genial genial Norden tot tot dann erst eine perfekte distanzbar das geliebt ouch, das war eine Wehegabe ouch, tut ganz schön weh ich habe keinen Donnerschlüssel, das ist mies ich muss noch ein paar Level Level, um mir das zu untersetztes Set zu holen ja tot 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 bock das war hinter mir ja, ich hab keine Rückspiel, tut mir leid einfach mal durchbretten obwohl das kann man nicht bettend, die Geschwindigkeit, die ich habe wissen theoretisch, ohne 3-Standard-Geschwindigkeit, ohne. wachs da muss er sich heilen naja ich wechsele auch meinen untersatz auf wenn ich ein bisschen langsamer werde dadurch aber das kann man ja eh kritisch nennen was man hier mit hornet m0 erreicht zudem könnt ihr weiterhin unter dem video schreiben was ihr von der neuesten neuerung haltet also das letzte war ja was ihr von den works haltet und jetzt könnt wir unterschreiben was ihr von den dingen jetzt haltet von den chat update ich selbst fand es anfangs relativ verwirrend kommt durch wo ich gebe gas das ist schon vollspiel tut mir leid dort dort aber auch diese kommen jetzt sie hält relativ viel aus mit dem level und macht auch gut schaden dort dort naja fast oder sind wir auf die mine gefahren und wunder ohne eine mine hat treffen wir vom vorteil hier ich was machen die da ich stehe nicht so auf Vergewaltigung das war taktisch mit der wand spiel aus wenn er mehr mehr es hat man weniger sterben der vom Vorteil finde ich das kommt an der nein war fest auf mich raus und warum hat er auf das aus mich raus zu nehmen doch irgendwie feld die Kass auch wo bist du denn getroffen war zu der Bild Donner M1 hat das einfach in sich. Donner M3 jedoch ist nicht mehr so ganz levelgerecht mit den Schaden, aber er ist trotzdem noch ganz passabel, also wenn er es vorher bessert, sogar sehr gut. Ich habe gerade einen Mammutswort mit 2-Hit gelegt. 1-Hit und 1-Hit. 1-Hit und 1-Hit. Boah, ich bin so schnell. Ich kann die Schnelligkeit schon sehen. Ich habe sogar Twinschutz, wenn ich mich nicht höre. Ja, habe ich sogar. Ja, habe ich mich sogar. Ja, habe ich sogar. So. Und der ist der Schuss der Beste. Noch momentan. Jetzt zeige ich mich wieder mit Highspeed nach vorne kämpfen. Das wird wieder wunderbar. Nö, dabei ist der Map noch relativ klein. Das war sogar ein Double Kill. Autsch, der macht ganz schön Schaden. Boah, ich treffe einfach nicht. So. 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 Jetzt brauchen wir noch eine Flagge, dann ist das auch fertig hier. Autsch. Ja, ich bin erster momentan wieder. Und die Aufnahme geht schon 20 Minuten. Also wir liegen im Aufnahmezeitraum für meine Let's Plays. Und ich habe gesehen, wir haben innerhalb von 24 Stunden 8 Abos dazu bekommen. Das ist eine gute Billionz, wenn wir diese fortbeziehen schaffen bis zum Dezember war das. Ja, ich glaube das war Dezember. Ja, bis zum Ende Dezember. Die 2000 Abos und wenn es soweit ist, dann bekommt ihr jede Woche mehr als doppelt so viele Videos. Wie bisher. Yay, der ist lieb. Jetzt mit Vollspeed. Der fährt auch noch hier unten lang, wie es scheint. Ich habe gerade eine Mine gelegt, bin ich denn bescheuert? Yay. Da ist er wieder. Ja, ich fahr ja schon, ich bin nicht so schnell, tut mir leid. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Wir schaffen das. Und das war's mit dieser Folge auch schon wieder. Das war euer Frau mir LP, man kann mich auch Endi nennen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Von Tanki Online. Let's play mit euer Frommi.LP Das war's und das war wieder eine Galt-Nachricht. Und schon wieder. Euer Frommi L.LP